Wir haben keine Zeit für eine Einleitung, wir müssen es ganz schnell machen, also hallo. Wir haben noch 40 Sekunden, jetzt schläf ich jetzt jeden 30 Sekunden. Doch, schön, dass du da bist. Wir haben keine Zeit. Es ist bald Weihnachten, wir haben keine Zeit. Wer hat sich eigentlich die Mühe gemacht und die Toiletten in Geschenkpapier eingewickelt? Das würde ich ja mal gerne wissen. Das ist ein ziemlich scheißes Ding. Irgendeiner ist im Keller geschickt. Hier, rein in den Keller, Marco. Du kommst auch in den Keller. Nein, 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 nein. Was ist denn hier? Rein in den Keller, hier noch einer. Nur wegen hier. Danke. Warum will er in den Keller, glaube ich? Ey, cool, hier sind Flocken. Was macht das hier? Ey, darf ich hier das Ding anziehen? Ja, was macht das hier? Nee, was macht das hier? Was? Oh, oh. Einer hat direkt auf die exklusiven Fässer geschickt. Nee, die sind kaputt gegangen im Tor. Aha, Ami. Haben wir hier auch die kleinen Geschenke, die exklusiven wurden? Ja, die kleinen Geschenke sind bestimmt hier. Oh Gott, oh. Nils. Nils. Achtung, unten in der Kelle schießt auf die Fässer. Ja, weil du die Hand da drüber gesehen hast, als ob man das Ding da direkt sehen würde. Oh, ich sehe das Ding hier vor dir, wie er in den Sprung war. Nils ist es, oh Gott, und ich werger mich wieder, dass ich ihn nicht töte. Oh Gott, ich schieße auf die Fässer. Boom. Gaben. 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 Gaben ist weg. Versteckt euch vor Gaben. Wer hört gerade Heavy Metal Musik? Du musst dich vor Gaben verstecken? Ach Mann ey. Was ist das? Wer will ich kressen? Es ist Dalu. Alex, du kannst mir vertrauen. Alex, du kannst mir vertrauen. Atems, rein mit dir. Wo ist das? Das ist gerade ein Bumas. Julie! Julie ist traitor und tot. Jungs. Was ist das für ein Fass? Was ist das denn? Atems, rein mit dir in den Traitor-Tester. Ja, du hast auf mich geschossen. Atems. Oh Gott ey. What the fuck? Was denn? Was denn? Ich weiß nicht, ob der Traitor-Tester oder der Traitor-Tester oder der Fässer. Das ist keine Falle. Das ist keine Falle. Ja, das kannst du mir jetzt sagen. Du bist kein Traitor. Ja, ich bin auch kein Traitor. Ja, ich bin auch kein Traitor. Ja, siehst du mal. Da müssen wir uns beide ja nicht testen lassen. Dann geh du mal voraus, weil du ist die Schrotze. Du gehst voraus, okay. Da kam irgendwas aus dem Rechten. Ich kann rückwärts laufen. Ja, ist mir klar. Ich bin dann doch gerade mit Navi fehlgeschossen. Möchtest du allein aufs Klo gehen? Ja, Entschuldigung, ich guck weg, ja? Aber noch ein bisschen. Oh shit. Ich hab ihn jetzt gerade beim Pinkeln beobachtet. War dir das nicht groß genug? Was macht sie denn? Kann ich verstehen. Hey, warte, Maxi hat dir gerade ein Geschenk platziert. Der ist es. Was? Was ist das denn für den Außen? Die Dingensfalle ist aktiviert worden. Ach, hier ist das. Die Umkleidefalle, oder was? Wir können doch mal Waffen wegwerfen. Hu, geh. Tautau, ich hab ein Geschenk für dich. Benisi ist doch ein böse Wicht. Wieder rein. Tautau. Schleich die. Ich hab ein Geschenk für dich. Schleich die. Benisi ist doch ein Lümme. Schleich die. Au, wir haben in der Box, Tautau. What's in the Box? What's in the Box? What's in the Box? Maru Trader? Nee, nee. Ich hatte Agro heute. Items. Zubi ist tot. Items. Ich will moderne Kunst machen. Nein. Seht ihr das? Was? Maru. Maru ist es. Leute, weg. Da ist ne Bombe, das ist Maru. Ja, da ist ne Bombe, verdammt. Maru hat die Bombe gelegt. Nee, es ist Pain. Pain ist unser Bombenleger. Pain ist... Auf welchen? Auf welchen? Auf welchen? Als ob der Trader... Das ist ja der Trader-Test, oder? Er ist auf der linken Seite und wortet auf Maru und Töte ihn. Ich bin nicht alt. Man kann ihm blöden Trader auf Leibauf einfallen schalten. Ja, er ist ein Traderraum. Ja, Maru wird sterben. Ja, Maru wird es sterben. Er ist um ein Teller. Ist doch schon? Und er leuchtet doch. Alle auf die linke Seite. Ich werde angeschossen von... Was ist denn die linke Seite? Ja, das verstehe ich auch nicht. Er sagt alle auf der linken Seite auf der Rechte Seite, ist wenn ich gestorben. Oh Gott. Oh, da draußen. Items. Was ist da draußen? Items! Du musst dass sein. Was ist da passiert, Alex? Nils, Nils, komm her. Da. Alter, es muss ja sein. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Aua, ich brenne. Er schießt mich jetzt. Du musst es halt sein. Du hast jetzt zwei Leute hergeschissen. Ich habe einen, der auf mich geschossen. Ja, aber liegt doch ein anderer. Hier liegen zwei. Nils? Ja, knall ihn ab, Nils. Nils ist es auch. Nils ist er umgedreht und sofort auf ihn geschossen. Hallo? Alex, pass auf dich auf. Nils ist tot. Was war das? Maro lebt, glaube ich, wieder. Kundan? Ja. Was? Okay. Was ist das denn? Ich habe nur Sniper. Es war gar nicht mal so einfach. Bin ich gerade nicht so einfach. Mirro gestorben? Ich hatte keinen Mirro. Nils, wie hast du mich umgebracht? Wir sind verbrannt. Ich hatte es gemein. Ich hatte es gemein, dass man die Falle im Balkon noch einmal anschalten kann. Hallo? Ich habe jetzt keine Bombe gelegt, um Pain anzulocken, um den Geschalter zu schießen. Du hast langsam reagiert, Nils, als Inno jetzt zu machen. Ich habe instant auf meinen Traitor-Kollegen geschossen. Nein, du hast mega lang gebraucht. Ich habe mit einer Sniper geschossen. Nein, nein, es geht nicht um das Schießen. Ich habe sofort geschossen. Du hast... Wenn ich so langsam wäre, würde ich keine Shooter mehr spielen. Nils, ich habe auch schon ein paar Mal auf Traitor geschossen als Traitor. Und dann habe ich mich trotzdem nicht schießen sehen. Nein, es geht nicht um den Schuss. Er hat nicht hingeguckt am Anfang. Er hat erst auf mich geguckt und dann hat... Oh, der Maro lebt wieder, obwohl er neben ihm stand. Er war markiert. Ja, genau. Hinter mir. Aber du wusstest ja, dass er wieder lebt, weil die Leiche weg war. Die Leiche war aber weg vor dir. Nicht nur, dass die ganze Zeit in Bullshit gekäutet wird. Ah, Nils, kannst du das hier... Nils, du würdest... Nils, du würdest... Nils, könntest du bitte, wenn Schneid, über die Straßen laufen, damit die Leute besser zur Arbeit kommen? Ah! Ah! Richtig gut. Nils findet Tau Tau lustig. Hey, ich find's... Hey! Sorry, sorry, sorry. Ja, sorry, hier, komm her. Komm, komm, komm. Wirst du irgendwas davon essen, Tau Tau? Was? Ja, ich hab's... Ne Menükkarte. Zum... Undrigen Schwein. Zum undrigen Schwein. Wo ist das Restaurant zur Flocken? Wo ist das so richtig bei dir? Boah! 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 Was ist hier denn los? Hh! Oh, da ging's hoch! WTF? Max, jetzt... Entweder hat's Max... Ne, Items hat derisch... Hörgesprungen. Hörgesprungen. Ja, genau. Ich geh also eher davon aus, dass jemand die Credits rausgelobt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Wer hat den Confirmed gehabt am Anfang? In pain. Ich hab Confirmed, aber ich bin auch bei dem Präsenter, was da war. Keine Sachen gedropped, keine Credits gehabt, ja. Nils, bist du... jetzt stirbst du. Oh Gott, das ist ein Geschenk. Auf jeden Fall, Items hat das Geschenk da hinbracht. Was haben Nils und Kapuze da? Da ist noch ne Leiche. Nils töte ich dich. Hallo Juli. Hab ich schön hingehängt, oder? Ja. Sind die auch so. Kapuze, ich töte dich. Den Nils hat gefreut. Hab ich nicht gesehen. Ja, jetzt seh ich's auch. Ich hab Alex Leiche gefunden. Hast du den da? Leider nein. Warum schießt du die Leute da? Nils hat Kapuze erschossen. Okay. Und Kapuze... Beide inno, okay. Nils hat trotzdem Kapuze erschossen. Das war was Privates. Anscheinend. Das war mal wieder was Privates, ja. Die haben sich sehr lieb... Können wir, ja. Die können wir als Vorhang hinhängen. Was? Was? Das war echt sehr schön. Das sieht nicht gut aus. Ja, geil. Ja, ist es wirklich. Flock ist draußen. Haut auf die Wand oder so. Lass da rein, ich weiß nicht. Nee, die liegt draußen aber hinter der Wand, glaub ich. Kommst nicht ran. Faine war tot im Hand da. Ach so. Wer hier? Der hier? Draußen die Flocker. Da kommst du ran. Tau Tau. Tau Tau war das Detective. Tau Tau Detective. zwei trader leben noch wir sind nur noch vier leute außer kundern ist schon tot ich rede doch die ganze zeit was ihr genommen eigentlich die frage ist was hat ja wenn einer stirbt ist der feier klar von daher easy going ja also ich habe tischstück herauskommen wird übrigens erschossen so ok jetzt der in oder auf alle anderen erschießen welcher erinnerung der der unten steht als einer jackal zwei trader sind ja schon tot außer japan halt wieder will und es waren vier leute am leben die zwei trader waren tot dass dein kleber nicht bekannt und dann konnte ich mich nicht bewegen draußen habe bin ich da reingebaut ich habe es nicht irgendwo hingekriegt ja ich wollte nur das geschenk ja toll das war eine rechte kanzler leute das sieht aus wie bei takashis castle aus allen drei türen kommen auf einmal leute raus von hinten mit anlaufen und hinten und anlaufen Ich brauche eine Waffe, nicht hier noch einer. Kapuze, jetzt nie bleiben. Nein, Kapuze, Kapuze, nein, nein. Ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe. Ihr fliegt schon wieder Blut. Blut fliegt da schon wieder? Nein, Kapuze, das ist falsch, du machst gerade Polizei. Du benutzt gerade deinen Status. Du hast ein Geschenk auf der Schreibstil, pass auf. Ja, der kommt da. Au! Ey, wer hat da einen Hinsicht geworfen? Ja, das war der Dete, das hat er auch angekündigt. Okay, wer war hier? Unten im Keller ist ein Traitor. Das warst du so ewig lange, Pain. Wie kommt man da hin? Da ist gerade jemand gestorben. Was ist da passiert? Ich traue ihn irgendwie nicht, das ist doch ein Fake, oder? Nein, der ist hier entgegengeflogen. Wir sterben Menschen. Hier standen Menschen alle weg. Schau, schau. Wir sind halt wieder auf dem Klo. Das gibt es doch nicht. Flocke nein, Flocke nein. Ja, nicht den Knopf drücken, meine ich. Wollte gerade da durchlaufen. Dann wäre ich eingesperrt gewesen. Oh Gott. Äh, ich glaub am Anfang hat sich... Hier draußen meine ich. Aber muss noch jemand sein. Oh Gott. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Maxi. 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 Ja. Unser Tod ist wund. Ich kann der Gap. Maxi, wir können gehen. Ja, natürlich können wir gehen, aber dir fällt was auf, oder? Ich hab einen Bumerang. Ich bin nämlich sportbegeistert und deswegen... Er muss es sein. Also nur um das. Maxi, du schießt es aber nicht auf mich, oder? Ich hab auswärts hin auf dich geschossen, doch. Maxi, das ist nicht gut. Maxi, who can't say lalalalala. Was ist denn hier denn jetzt kaputt? Das sieht ja auch mal aus. Ich glaub, wo sind die denn? Ich hab Kapuze in die Decke gebackt. Du hast mich in die Decke gebackt. Ja, du musst wohl Slashkill machen. Kann ich nicht. Ich lebe noch. Du musst vielleicht Slashkill machen, Nils. Ich bin der Nils, hab einen guten Hochdurchschnitt. Hä? Wo bist du denn jetzt? Ja, in der Decke. Er ist wirklich in der Decke. Er ist in der Decke zwischen Keller und Pool. Ich bin nicht in der Decke und schau euch allen... Und jetzt... Oh, was war das für ein Schuss? War das ich? Oh, noch ein Schuss. Gefährlich. Oh. Du bist der letzte Inno, du musst dich killen. Warum muss ich mich killen? Weil du außerhalb der Map bist. Aber die Decke können dich auch killen. Hä? Hä? Was? Du bist der letzte Leber außerhalb der Map. Du bist an einem Ort, wo du nicht sein kannst. Und die Regel hatten wir irgendwann auch. Was? Nee, ich hab die einfach nur getötet auf der Leiter. Ich war heute quasi an die Decke gegangen. Geh ins Büro rein, seht raus. Und eigentlich kannst du nicht so gehen rumlaufen. Und denk mir nur, aha. Einen Luftsprung hab ich gemacht. Ja. Hau auf. Wer will sich mit mir anlegen? Winchester, los geht's. Ich hab jetzt Kratzer unterstützt. Ich hab jetzt Kratzer unterstützt. Ich bin an Nils. Ich krieg jetzt random damage, aber nicht vom Kapuztwurm. Wut? Ja. Nils kriegt jetzt aufs Mal. Mach keiner mit? Tische rücken? Kapuze, du bist so weiter los. Kannst du kein Nils helfen beim Zeugstern draus. Da hätt ich zu viel Angst. Wir sind ja dann in die Luft geflogen. Direkt am Anfang. Wir sind ja dann in die Luft geflogen. Was ist da gerade passiert? Das weiß doch keiner ganz genau. Das weiß ich nicht nach unten gehen übrigens. Das ist ne gute Warnung. Ja, ich... Das war... Musst du die Fässer immer mal entschärfen. Ich weiß nicht, ob du vorhin hast du geflogen. Du bist zu nah an den Geschenken, Flock. Muss man den Geschenken mitbleiben? Ja, ich weiß. Aber sie mit... Ah, Entschuldi! Ah! Maxi, bleib unten! Maxi ist mass geworden. Iiiiih! Maxi ist voll. Das passiert immer, wenn ich Juli seh. Tut mir leid. Ja, verstehe schon. Vlogge, hä? Hey, alles klar. Ich geh auch schnell! Nein, nein, bin ich nicht! In der Dose! Was? Mils hat auch nicht geschossen oder paint. Ja, weil er versucht hat dich zu töten. Hier wird geschossen! Hier wird abgeschossen! Die Tech-12 kommt! Die Tech-12 reicht jetzt! Das ist dein Job, Vlogge! Da schießt noch mehr! Ja, das ist Mario! Ja, das ist Mario! Ich muss... Ja, das ist Mario! Ja, das ist... Was ist denn los? ist es doch keine ahnung wer jetzt okay ich habe übrigens eine taube ja ja ich nicht da reingehen 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 noch nicht okay gott ohne waffe das ist ein boom buddy bist du ein boom buddy nein du bist ein traiter okay ich habe ich habe ein schrecklicher maxi getötet das glauben wir jetzt auf jeden fall seid in einem sidekick dann macht mich einfach okay ich habe gerade eben von der lüge bekommen und bin gericht und gericht und gericht und gericht und ich glaube es im pool nicht alleine ich weiß noch nicht welchen traiter ich getötet mich wie denn und wann ich hoffe das salzige weihnachtsschwimmen hat euch gefallen das ist dann leichter schau bei anderen vorbei bis dahin und ciao